Na? Denno! Da ja, ich bin Detective! Jetzt lösen wir den Fall! Jetzt! Crabs, ist es! Ich habe ganz kleine Waffe! Was? Du wie ist es? Ich sehe das! Oho, Fischkopf! Ich hab nicht mal ne Scheiß Waffe, verdammt! Ich hab auch keine Waffe! Hier ist noch mav, mav, mav und grenz und DJ! Lalalala! Wir müssen hier haben keine gute Waffe! Wie viel Karma habe ich eigentlich? Crabs! Und wie viel Kammer hab ich eigentlich? Wie geht die Tür hier außen? Du musst auf Tab drücken. Ich hab schon der M16. Komm schon. Komm schon. Warte. Dadosch. 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 Hallo Zischel. Ja lass ihn vor mir Marv. Hallo Zischel. Geh weg. Schöne mich bitte nicht. Dalu ist Detektiv. Das heißt wir werden jetzt nach und nach einfach random abgeknallt. Dann gibt es solche Spezialregeln wie keiner nähert sich auf 50 Meter dem Klo. Ich bin kein Trader. Ich war auf dem Klo, weil ich ne Waffe gesucht hab. Nein. Ich sprech. Hier Shotgunverbot wurde von irgendwem ausgesprochen. Weil du das immer machst wenn du die zerstörst. Krabs 1 gib mir die Shotgun. Ich seh jemand überfahren worden. Gib mir die Shotgun Krabs. Wo bist du? Ok gib mal Halt. Wo bist du? Nein nimm sie. Heb die Shotgun auf. Krabs ist verdächtig. Der hängt da alleine rum. Ich bin grad bei ihm. Hier. Ey Zischl sitzt da die ganze Zeit in der Ecke. Ja weil ich geguckt hab wie viel Karma ich habe. Du bist die ganze Zeit dabei mich zu verschuldigen. Meinst du nicht dass du es bist? Ok Zischl und Krabs. Das liegt bloß in der Ruhe. Wo sind die alle? Dalu? Ist eigentlich schon jemand tot? Ich bin bei Dardosch hier. Also ich bin hier bei Zischl. Ey. Bei mir ist jeder. Na es granscht. Ich glaub das ist das. Hi möchtest du mich anwesend? Ich glaub irgendeiner ist schon tot. Ich glaub einer ist tot. Ich glaub einer ist tot. Ich glaub Tischl ist tot. Oh Explosives Fass. Ich muss drauf schießen. Weg von dem Fass. Weg von dem Fass. Und ich war au. Nicht mein Fass. Ich habe Warnungen ausgesprochen. Ist sie tot? Nein ist sie nicht. Da fischte was weiter. Hier ist jemand tot. DJ hat jemanden getötet. DJ ist es. DJ ist es. Wo denn? Hier sind alle tot. Alle stopp stehen bleiben. Ich löse jetzt hier den Fall. Also wir haben hier einen Traitor. Und sonst alle anderen sind innocent. Wer ist denn hier noch? Ich hab geschossen. Ich hab ne Leiche angeschossen. Dardosch ist es oder? Nein. Dardosch kam grad um die Ecke. Dardosch kam grad um die Ecke. Dardosch kannst du nicht gucken wer es war? Ja die alle die sich hier umgebracht haben. Die gehören ja hier schon tot zusammen. Es ist Fischkopp. Warum? Ich weiß es nicht. Also Craps wenn du es nicht bist töte Fischkopp. Dardosch ist es. Wenn du es nicht bist töte Fischkopp. Wenn Fischkopp es nicht ist sollte er Craps dann töten. Weil ich bin es nicht. Soll ich Fischkopp töten oder was? Craps wenn du es nicht bist töte Fischkopp. Wenn ich es nicht bin. Ja wenn du es nicht bist töte Fischkopp. Dardosch hörst du gerade was er sagt. Ja ich bin bei Dardosch. Ich bin bei Dardosch. Ist er tot Craps? Ich hab was gemacht was er gesagt hat. Ist er tot? Ja ich hab was gemacht was er gesagt hat. Marv lebt noch. Marv ist Craper. Ja er ist tot. Dardosch. Nee ich nicht nicht. Craps du bist es also. Scheiße. Ich hab die ganze Zeit nur auf Craps geschossen. Der Fall wurde wieder mal erfolgreich gelöst. Weißt du alle tot. Alle sind tot. Alle sind tot. Fall gelöst. Bis zum. Ich wusste es. Wenn Dardosch Detective ist überlebt kein anderer. Erstmal ich hab ja nur einen getötet am Ende. Dardosch hat mich ready. Ja ich dachte bevor Gwenz mich tötet. Schieß ich lieber aufs Fass und mach uns beide kaputt. Wieso hast du denn Dardosch getötet? Craps. So krass ey. Warum hast du mich nicht schon eher getötet Craps? Spielen wir jetzt noch eine Runde oder ist Schluss? Das ist doch viel Spaß gemacht. Natürlich. Wir haben doch. Du hast doch Tschüss gesagt. Wer der Fall gelöst ist. Das war nur wieder so ein. Das war Inno. Inno. Weißt du ich beende extra die Aufnahme und sowas. Ich bin, Leute ich bin tot. Ich bin die Taktik. Wieso bist du schon wieder im Dings oder ne? Ich bin wieder eingesperrt. Ich bin wieder eingesperrt. Wo bist du denn eingesperrt? Hintertrümmern. Ha Dardo, heute kannst du mir nicht unterstellen, dass ich wieder Traitor wäre. Hallo. Marv siehst du mich? Marv siehst du mich nochmal rein in den Raum? Ich hab auch voll den scheiß Kamerl. Hier. Siehst du mich? Hallo Fischkapp. Hallo. Hallo. Hallo Fischkapp. Geschieht dir richtig. Was ist denn da los? Könnte Fischkapp bitte aufhören mir die ganze Zeit zu folgen? Okay. Dann kommt jeder Fischkapp. Halt jetzt ein bisschen Abstand. Bisschen Abstand. Das bin ich, Leute. Er schießt auf mich. Das bin ich, Leute. Er schießt auf mich. Marv schießt auf die Decke. Ich bin dahinter. Hier, guck. Ich bin hier. Er ballert auf mich. Marv, warum tust du sowas? Ich wollte ihn befreien. Ich hab nur noch 20 HP. Ja, genau. Der Traitor trifft. Dalu ist Traitor und hackt der Hoffer in der Ecke. Jetzt geht da mal alle rein, dann macht der Jalla Jalla. Ich geb dir Lichtzeichen. Hallo Dalu. Ja, hallo. Wer ist hier? Wer ist hier? Wo? Ich werd abgeknallt. Dadosch. 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 Jirgendjemand schießt auf DJ. Ja, da ist ne Granate rein. Die Sterne. Das ist ne Smokegranate. Das ist ne Smokegranate. Das ist ne Smokegranate. Krabs ist angeschossen. Was hast du gedacht? Es kommt auf ne Granate. Ich bin gleich tot. Was ist das für ne Granate? Dadosch. Dadosch. Krabs hast du gerade behauptet, dass ich auf dich geschossen habe? Ich weiß. Ich glaube das. Irgendwie hat er auf mich geschossen. Ich glaub, Krabs hat ne Shotgun sealed auf Krabs. Krabs hat gesagt, ich hab auf ihn geschossen. Das stimmt aber gar nicht. Wieso hat er nur noch so wenig Health? Weiß ich nicht. Dadosch hat mich angeschossen. Dadosch hat mich angeschossen. Ich war's nicht. Leute. Also bin ich dafür, dass wir Krabs töten. Nein. Warum? Ich weiß nicht. Ich bin halb tot. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab mir lieber einen Schuss abbegeben. Was bist du denn für eine? Kannst du auch Schlussverfahren? Was ist das für ne Logik? Whoa, schießt auf mich! Wo denn?! Immer noch hinten bei den Trümmern. Ja aber, warum hackst du da immer noch drin? Weil ich nicht rauskomme. Weil welchen Marmarten? Da kann er sowieso nicht mitspielen. Da kann er wenigstens rumfliegen. Nee, nee ich kann schon so mitspielen. Der Traitor wird bestimmt vorbeikommen. Boah was geht hier ab? Ich komm raus! Ich schlüpfe fast! Komm, du schaffst es. Du es. Gott, ist das widerlich, ey. Discompulator-Granate. Ich hab nur eine Brandgranate dabei. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Wenn das keine Discompulator ist, dann ist es Marv. Marv steht hier. Ach, da bist du. Nein, ich bin ganz woanders. Ich seh dich jetzt. Ich komm hier nie auf. Das sieht so lustig aus. Ich hab auch noch eine. Ich werfe jetzt eine Discompulator. Ja, okay, okay, ich stell mich bereit. Ist sie hinter mir? Hier so? Ich glaube es ist Craps 1. Traitor, bitte leg eine Bombe dahin. Ich wurde vorhin angeschossen. Kommt hier auf einen Schwachsinn. Okay, Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Zischl ist tot, oder? Ja, die ist so ruhig. Wo ist Zischl denn? Craps hat sie erschossen, glaube ich. Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. Ich war dabei. Ich hab das gesehen. Hallo? Traitor? Traitor? Bist nicht mehr eingesperrt? Traitor? Ich seh alles da. Ach du Sack! Bist du alleine? Und so treffen wir uns also wieder. Du hast doch ne ABP, aber du triffst ja eh nix. Ne, ich bin ja auch ein Noob. Achst recht. Bist du die Kiste? Wer ist die Kiste? Ich werd abgelenkt. Bewegende Objekte. Wo bist'n du? Hier hinter dir. Gott, was ist das denn für ein Raum? Hier sind drei explosive Fässer. Ach, in dem Raum bist du, okay. Versteck mich. Wenn man das hier ist. Aber nur so wenig Health. 20 oder was? Ne, 11. Versteckst dich ja wirklich. Versteck mich nicht. Oh, was? Ich muss damit... Schießteam, ich kann dir nicht so schießen. Das gibt's ja nicht. Das weiß ich nicht. Wir haben noch nie getestet. Ach, was ist die knappe Kiste, ey. Und ich komm' Gott sei Dank noch mal raus dahinten. Was denn? Ja, ja. Also wie viele Runden sind's jetzt noch? Ja, machen wir noch zwei. Ja, zwei laufen auf jeden Fall. Ich hab' doch gesagt, dass Craps es ist. Ach so! Ich wusste auch, dass Craps... Da kam irgendwie zwei Kollegen um die Ecke. Craps erschießt mich und dann ganz so... Oh mein Gott, was passiert hier? Okay, alles klar, es ist nur da, der ist tot. Und alle nur, okay. Ja, und C-Shane wird, glaub ich, dann auch noch da abgeballert von ihm. Ja. Wie bist du eigentlich rausgekommen da? Äh, ich hab'n bisschen noch gehübscht und sogar... Und dann kam ich irgendwann da raus. Ich hab' versucht nicht zu verstecken, aber ich konnte mich als Kiste nicht wirklich bewegen. Aber schade, dass der letzte Traitor ein Radar hatte. Sonst hab' ich gehofft, er kommt da hin. Weißt du, er lacht die Alarm. Und dann schieß' ich ihm in den Rücken. Wie fies. Oh, ich bin's schon wieder. Inno, Inno. Ich bin wieder Inno. Innocent. Innocent. Fischteckt. Wo bist du? Alter! Ja? Da schreit er dir so. Alter! Da ist die Panzer! Der Knäuß nicht! Alter, Grenz, ey. Komm her, ich mach dich kaputt. Grenz! Dürfen wir Grenz töten? Da schießt irgendwer. Tote Grenz. Ey, lass mich hier zuerst. Wer schieß? Hier wird geschossen. Grenzen sind Menschen und die schießen. Grenz, pack das Pass weg! Nicht alles! Ich hab's überlebt! Ich hab's überlebt! Was ist passiert? Was ist passiert? Ich lebe! Also, damit geht's Grenz nicht. Alter. Ich hau ab. Okay, was ist da drin? Töten wir jetzt Grenz? Ich brauch mal einen Freiwilligen, der da reingeht. Ich dachte, wir töten jetzt mit Grenz. Ja, nein. Nicht mich töten. Ich töte die Grenz nicht. Weil ich... Irgendjemand ist nach hinten und schießt. Was ist denn hier? Du hast... Das war Grenz. Verdammt. Wer war das? Warte, warte, warte. Geh weg. Ich will mal wissen, wer das ist. Ich will mal wissen, wer das ist. Ich will mal wissen, wer das ist. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Warum hast du sie erschossen? Weil sie grad Grenz erschossen hat. Darlucat verfolgt mich. Du verfolgst mich doch gerade. No way. DNA Scanner. Fuck you, ey. Darlucat. Dann hab ich ja sowieso. Willst du bezahlen, Darlucat? Was hast du denn? Dein Leben? Also, Zischl hat grad den unschuldigen Grenz erschossen. Dann hast du die unschuldige Zischl erschossen. Ja, aber das sieht ja wohl verdächtig aus, wenn sie eine unschuldige Grenz erschießen. Ja, aber nur du weißt, dass sie unschuldig war und dadurch Nutzen ziehen kannst. Du jetzt wieder mit deinem Spielchen, du ey. Ja, du wieder mit deinem Traitor spielen, ey. Ja, vielleicht bin ich voll miserabel. Hischkopf? Ach, wir haben so einen schlechten Detective. Was? Ich hab doch gerade rausgefunden, wer hier die Leute umgebracht hat. Das ist kein Fall. Das wissen wir doch. Er hat's doch sogar zugegeben. Ja, echt? Kann der DNA Scanner mal aufhören jetzt? Danke. Oh! Und er hat eine Shotgun. Ja, schöne Shotgun. Ich hab gerade geschossen. Okay. Die Kiste hier hüpft. Die Kiste hüpft. Danke. Mach die Kisten weg. Okay, Moment. Wieso seh mal deine... Crabz One lebt noch! Crabz One lebt noch! Hier kommt er! Alter! Das ist eine Reiche, du du Arsch! Ja, ja. Wo ist Marv? Hier ist Marv. Ich hab ihn jetzt mal rausgetragen. Wer schießt? Ich hab gerade Schaden bekommen. Wer liegt denn hier, Crabz One? Wer hat gerade geschossen? Ich hab gerade geschossen. Blumentop. Wie kann ich denn... Hä? Ich hör keine Bombe. Ist jemand weg? Okay. Ich bin hier bei... Wo ist Dardosh? Dardosh ist es. Ich bin auch da. Ich bin hier. Hier hinten. Ich bin bei Marv. Das ist ja hier die Action-Runde. Ja, aber du warst gerade eben die ganze Zeit nicht hier, oder? Ja, weil ich Marv gesucht hab. Ich bin hier! Hä? Was machst du denn da? Ich mach hier so ne schöne Runde. So ne Tresen-Runde. Warte. Die schöne Tresen-Runde. Warte mal. Gibt es noch zwei Traitor? Es gibt noch zwei Traitor. Woher weißt du? Ja, stimmt. Ja, und ich bin Eno. Eins, zwei, drei, vier Leute. Es leben nur noch fünf Leute. Nein, vier Leute. Es leben nur noch fünf Leute. Ich bin Detective. Warum ist DJ es nicht? Eins, zwei, drei. Ich hätte dich auch erschießen können. Nein. Jeder hätte dich erschießen können. Also Dardosh ist einer, aber wer der andere ist, hab ich keine Ahnung. Wieso ist Dardosh einer? Weil Dardosh richtig viel Kacke labert. Das ist sehr verdächtig. Dardosh hat Zischl erschossen und er hat Zischl erschossen. Ich hab Zischl? Achso, ja, Dardosh hat Zischl erschossen. Ja, Dardosh hat Zischl erschossen. Aber weil sie eine Grenze erschossen hat. Ja, und weil du Traitor bist und Nutzen daraus sind. Warte mal, warte mal. Das hier ist Zischl. Und Dalu. Special Movements hier, ey. Leute, wie? Achso, das? Ah! Was geht da ab? DJ, wie viel ist es? Marv, du gehst vor. Der schießt da auf wen? DJ schießt und der andere ist Marv. Scheiße. Scheiße. Okay, wenigstens haben wir noch ein 1 gegen 1. Was piept hier. Das gefällt mir nicht. Dieses blöde Fass. Angriff der Blumentöpfe. Geht weg. Die Stühle bewegen sich alle. Scheiße, Mann. Drei Sekunden, bis die Bomber neben dir hochgegangen wären. Ich hab mal versucht, Marv zu blocken als das Fass. Ja, das hab ich gemerkt. Letzte Runde. Letzte Runde, Junge. Wie kannst du denn bitte? In einer Sekunde, weißt du? Marv ist es, Marv ist es, aber keiner hört. In einer Sekunde, weißt du, kommst du in die Ecke und ich bin sofort tot. DJ hat auch einen Headshot gekriegt vor. Ja, ja. Mein Shotgun war leer, sonst hätte ich dich noch gekriegt. Warum du hättest ja gar keine Chance zu schießen, ey. Na, ich mein davor. Mein Shotgun war leer, als du noch drin warst. Und dann bin ich weg und hab die Waffe gewechselt. Das hätt so schön werden können. Zischl, geh nochmal da rein, das ist eine Shotgun. Zischl, warum hast du einen Shotgun nicht aufgehoben? Die wollte ich doch haben. Guck mal, ob da drin noch eine ist. Guck mal, ob da drin noch eine ist. Das arme Mädchen in der Toilette einsperren, weißt du? Typisch Dalu-Kart, ey. Das ist genau sein Ding, ey. Soll ich dir meine echte Shotgun zeigen? Das ist doch voll sexistisch. Erzähl was Neues, du spielst mit Dalu-Kart zusammen. Zischl, schießt auf mich! Wo? Dalu ist sie. Durchsucht sie, durchsucht sie. Was, wer war das? Durchsucht sie. Ich bin damit Inno, damit bin ich Inno. Nein, Dalu will die nur wiederbeleben. Ja, glaub ich auch. Ja, nehmt die Leiche mit, ich nehm sie mit. Kann mal jemand reingucken, bitte? Ne, 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 Leute, Leute. Detektiv muss gucken. Granate kam geflogen. Wow! Wer war das? Ich hab einen, einer rennt weg hier. Der hier war's, der war's. Der hier war's? Dalu-Kart ist schon wieder nervös, ey. Warum wallerst du direkt auf mich? Es war ein riesen Fehler, sich bei mir anzulegen. Dalu-Kart ist verletzt. Ich lehn mich mal aus dem Fenster raus und sag, Dalu ist es nicht. Zischl ist neu. Die wird noch nicht so einen Plan mit Dalu haben, dass sie auf den Traitor-Krupp dann losliegt. Ja, aber das weiß sie jetzt ja noch nicht. Die sind dicke. Das ist ihm dann egal. Ja, aber er war's. Dalu hat halt versucht, sie im Klo einzusperren. Also ich glaub, ich glaub nicht, dass die zusammen sind. Wie glaubst du denn Dalu? Weil sie Traitor ist, du Pfeife? Ja, aber wenn Dalu Traitor ist. Guck, das bin ich wieder im Sprung. Das bin wieder ich. Was ist das denn jetzt? Ja, der Mordfall. So war's gewesen. Ja. Ich mein nur, Zischl hat doch Dalu abgeschossen. Und sie war Traitor. Ich glaub nicht, dass die schon jetzt hier hingeht. Achso, das wissen wir schon. Das wusste ich nicht, dass wir das wissen. Ja, ja. Damit bin ich wieder im Sprung. Das ist doch Zischl Dalu. Klasse, ey. Wie geht denn das hier? Gerade weil wir denken, dass er das machen würde. Dalu ist schon verrundet. Ja, sehr. Na, aber es hat ja was mit ihr zu tun. Sie hat jetzt nicht irgendwie mit Dalu Zeit gehabt, einen Plan auszumachen, dass sie ihn tötet. Du musst bedenken. Ja, aber du musst bedenken, wenn der Plan ist, warum sollte sie mich dann runterschießen? Wenn ich noch 100 HP hätte. Damit's authentisch ist. Natürlich, sehr authentisch. Damit du nur noch 20 HP hättest. Nicht mal die Wahrheit sagst. Oh, Alter. Jetzt hat Dalu. Dado, kriege ich in die Yield Station. Nein. Kriege ich in die Yield Station. Dreister geht's. Dado, stell doch mal was. Gib ein Medikind wenigstens. Nein. Du hast eine Granate geschlugen. Marv hat eine Granate geschmissen. Ich hol gleich die explosiven Fässer. Marv! Was? Ja. Ne, da kam eine andere Granate. Was war das denn jetzt? Alter, was war das? Da drin ist gerade jemand aufgegangen. Boah. Gibt's da Leichen drin? Da ist eine Leiche. Das war Grenz. Was? Nein. Ne? Nein. Ich war gerade bei Krabs. Hier Krabs. Nee, bei DJ. Ich bin bei Grenz. Ich bin ganz woanders. Kanu? Er war bei dem Fässer drin. Können wir checken, wer es war? Es ist da, Lopat. Auf jeden Fall. Geh mal weg, Marv. Geh mal weg. Marv. Ich bin bei Krabs. Ich bin hinter euch bei Krabs. Was? Ich bin hier. Grenz geht immer... Willst du hier die Leiche von der einzigen weiblichen Mitspielerin? DNA-Skanner, Digga. DNA-Skanner. Grenz versteckt sich auf dem Klo und ist immer in der Nähe von Sichels Leiche. Guck mal bitte, hast du jetzt einen DNA-Skanner benutzt oder nicht? Achso, DNA-Skanner. Ja, dann kommen wir hin mit der Leiche. Leute, Leute, wie wärs wenn wir uns alle hier... Mon Cherie, wollen wir ein bisschen tanzen? Lalalalala. Guck mal wie schön er in das Tanzbein schwingen kann. Leg die Leiche hin! Lalalala. 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 Leg die Leiche hin! Er ist so beweglich, der Daluk hat, das Schlangenmädchen. Lalalala. Lalo, dürfen wir mal auf töten? Nein, warum? Ich hab nur mit ihm getanzt. Grenz ist schon wieder bei der Leiche. Du bist ein A-Skanner. Du bist ein A-Skanner. Ja, kein Target. Darf ich die Leiche zum... Er ist hochgegangen durch die Fässer. Okay. Ah, ich bin... Da wird geschossen. Bei den Klos? Jetzt geht der DJ nicht mehr, du bist voll ungefähr. Ich glaub, Grenz war's. Der rennt hier die ganze Zeit bei der Leiche rum und hat grad mit der Shotgun geschossen. Okay, also entweder ist DJ oder Grenz. Detektiv, nimm die Leiche mit. Ja, du bleibst da schon. Ich bin bei DJ, ich bin bei DJ. Ich bin bei Grenz. Ich glaub, DJ ist es. Aber nicht dadurch. Ich bin dadurch. Warum sollte ich es sein? Ich hab auf sie geschossen. Weil du hier so komische Theorien raushaust. Ja, weil Grenz dauernd bei der Leiche ist. Kann beides heißen. Können wir noch bei DJ, DJ, DJ. Wer hat geschossen? Wer war das? Hier sind Granaten. Marv ist bei der Leiche. Der hat eine Granatier reingeworfen. Ja, das war echt ne Smoke. Ja, danke. Ich steh hier auch noch mit drin, Mann. Ja, die Smoke macht doch nix. Es geht nix. Ich hör ne Bombe piepen. Ich hör ne Bombe piepen. Ich geh wieder zur Leiche. Grenz geht schon wieder zur Leiche. Warum gehst du immer zur Leiche? Ich will gucken, ob die noch lebt. Ich hab da so ein Gefühl, ey. Ich will gucken, ob die Leiche noch lebt. Ich will gucken, ob die noch lebt. Beste Ausrede ever. Wie viele Traitor gibt es denn noch? Ja, ja. Ach, die explosiven Fässer sind ja alle schon kaputt. Wie viele Traitor gibt es noch? Vorsicht. Einen gibt es noch. Also Grenz halt noch. Grenz hat grad ne Granate geschmissen. Alter! Irgendwer ist grad gestorben. Ne, ich bin nicht gestorben. Ich bin nur von der Granate weggeschmissen worden. Ja, der Grenz. Hä, wer hat denn da? Du kannst nicht töten. Wenn wir jetzt Grenz dich töten. Das waren die Fässer. Ich glaube, es ist Krabs, der will mich töten. Okay, Grenz ist es. Grenz ist es. Glaube ich auch. Ich habe auch so die Vermutung, dass Grenz ist es. Schieß den mal auf dem roten Bereich runter, sodass da keine Gefahr mehr ist. Ich bin immer ne Gefahr. Ist die letzte Runde, oder? Tanzt nicht mit Zischl so. Wir sammeln die Leichen hier in der Mitte. Wer schießt denn da? Fischkopf. Der Fischkopf war das. Ich war es überhaupt nicht. Du hast den Punkt. Hallo? Hallo? Ich bin nicht. Schießt auf mich. Schießt auf mich. Wir schießen jetzt alle auf Fischkopf. Weil er gerade auf den Detective geschossen hat. Volle Pulle. Oh Quatsch. Ich hab dich geschossen. Ich stand neben dir. Der hat eine Weile weg und ist jetzt wieder gekommen. Der hat bestimmt ne Bombe gelegen. Warum schießt der denn da drauf? Ich hau hier ab. Ihr seid mir alle zu Trigger happy. Ich glaub's nicht. Ich glaub auch, dass es Grenze ist. Entfolgt mir doch. Ich hab dich abgehängt. Ich hab den Fischkopf. Ich hab den Fischkopf. Ey, der schießt auf mich. Ich hab nicht auf dich geschossen. Ich hab nicht auf dich geschossen. Das hab ich getan. Alter, DJ schießt auf mich. DJ, lebst du noch? Ja, der schießt auch auf mich. Ja, okay. Du hast ja auch auf mich zuerst geschossen. Gerns ist da. Gerns hat ne Granate geschmissen. Pass auf. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Gar nicht. Okay, Gerns. Ich hab den nicht gesch... Du hast gerade ne Granate geschmissen. Musst du mich eh draufzucken? Ach, Fischkopf. Kann man es nur als Traitor öffnen? Warum? Fischkopf. Ich leide immer noch. Ich bin... Crabbs ist tot. Ja, Crabbs. Worn hat den gerade. Ja. Ja, das wäre auch mal ein. Mach! Fischkopf. Ich wollte sie wiederbeleben. Fischkopf. Ey, welcher Sack hat mich eigentlich getötet, ey? Das waren deine Fässer. Ja, aber irgendeiner muss sie angeschossen haben. Nee, das war die Granate, diese Discom-View. Later, Granate. Das war das. Letzte Runde auf der Map war das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!